so hallo ja und heute geht es mal wieder um das thema weibliche polarität habe jetzt ein video von einer frau die versucht hat so ganz doll aus der weiblichen polarität also scheinbar aus der weiblichen polarität sag ich mal zu daten und wo das überhaupt nicht gut funktioniert hat und beziehungsweise scheinbar es erst super funktioniert und dann nicht mehr das wollen wir uns mal angucken ansonsten letzte woche noch meinen drama kurs den ich gestern fertiggestellt habe zum frühbucher preis und genau weiterhin geht ja gerade wieder so durch die decke biete ich auch direkte bitcoin zahlungen an genau also lieber christian kannst du bitte mal ein video machen solche fragen kannst du bei uns dann über kontaktformule auf libysche.de stellen wie sich frauen weiblich polar in einer beziehung beim kennenlernen verhalten aber trotzdem ihre standards ihre grenzen waren und sich nicht ausnutzen lassen es wäre abstrakt sehr spannend nur falls das besser verwertbar ist hier mit meinen persönlichen hintergrund ich war dauersingen und habe mich in den letzten monaten intensiv mit büchern von david day da laura doyle und leila bast und natürlich die letzten beiden kenne ich nicht deinen beiträgen zum thema polarität befasst alles als ergebnis habe ich mein verhalten in meinen letzten beziehungsversuch geändert habe mich bewusst zurückgenommen mich schon beim kennenlernen eher abwarten passiv verhalten und ihn machen lassen es hat auch gut funktioniert ihm hat es gefallen ich habe unter der passivität und dem vielen warten aber gelitten ja also erst mal machen wir es mal da also erst mal dieses ganze daten in der polarität die natürlich nur dazu dass du dich wohlfühlst du sollst dich ja wohlfühlen wenn du dich nicht wohlfühlst dann läuft irgendwas schief also das ist ja genau das gegenteil du sollst dich in wohlfühlen beim daten in der rolle die du gern übernehmen möchtest da und dich nicht noch unwohler fühlen also von daher wenn du es nicht fühlst dann fühlst du es nicht und wie gesagt es gibt ja auch nehmen wir mal lieber den begriff für yin und yang es gibt ja auch frauen die aus der young polarität lieber daten total in ordnung wie gesagt habe ich alles in meinen dating kursen und auch in meinem neuen buch werde ich das sehr stark noch mal fokussieren da geht es eigentlich nur um polarität ist ja auch schon darunter verlinkt kommt aber erst im september raus freue mich auch wenn die zu lesung kommt erst schon fast ausgebucht haben wir noch nicht alle drin ja also du sollst dich wohlfühlen erst mal und ich erkläre es mal noch mal das ist also wenn die frau einer weiblichen polarität ist und der mann in der männlichen dann also die frau ist ja weiter am drücker die frau vertraut dem mann und entwickelt deshalb eine rezeptivität dass er sich fallen lassen kann und der mann also nur für diesen dating prozess das muss jetzt nicht aufs sonstige leben überschwappen aber nur für diesen dating prozess den mann vertraut und ihm so ein bisschen proaktiv führung überlässt aber das ist kein passiver prozess ist ein aktiver prozess so der auch jederzeit unterbrochen werden kann wenn man wenn man sich nicht wohlfühlt so und und noch viel wichtiger sind standards und dealbreaker also erstmal keine grenzen zu haben ist immer unpolar aus meiner sicht also selbstbewusste frau aus polar selbstbewusster mann ist polar und polarität hat nichts mit co abhängigkeit zu tun also dass deswegen das manchmal schwierig glaube ich das zu vermischen weil ich so einerseits dating coach bin andererseits toxische beziehungs coach irgendwie und das manchmal manchmal gar nicht so einfach zusammen zu bringen weil in toxischen beziehungen ist ganz viel polarität aber alles kompatibel kompatibilität funktioniert nicht alles andere funktioniert nicht und man muss wirklich aufpassen welche radschläge man jetzt wie verwendet so ne weil da brauchst du nicht nicht noch mehr polarität in toxischen beziehungen so sondern braucht zum beispiel andere sachen also insofern muss man das immer so ein bisschen trennen und polarität hin oder her das wichtigste das allerwichtigste im ganzen leben ist dass du ja grenzen hast und auch in der nötigen härte notfalls grenzen hast manchmal also man stellt sich grenzen auch immer als ein gartentor vor was man aufmachen kann zumachen kann das ist auch keine undurchdringliche mauer aber das heißt also polarität war nicht polarität ist auf gar keinen fall dass du deine grenzen überlatschen lässt ne der war der war der war so das hat auch gut funktioniert ihm hat es gefallen ich habe unter der passivität in vielen warten gelitten mein natürlicher reflex wäre gewesen selbst proaktiv zu sein ja also das stimmt das stimmt natürlich dieses selbst proaktiv sein ist für mich eher so ein young polarität und gesagt es gibt gibt frauen die daten lieber aus der young polarität alles gut viele machen es aber auch aufgrund vorheriger negativer erfahrung oder schon negativer kindheitserfahrung dass sie sich mehr schützen wollen was aus der young polarität geht besser geht und lieber selber die sachen in die hand nehmen das weil ich kenne ich jetzt nicht kann ich kann ich dir jetzt nicht sagen ob das so dann natürlich ist oder nicht aber ja tatsächlich würde ich sagen so dass man ja dass man als frau nicht den job des mannes übernehmen sollte so aber wenn du dich damit nicht wohl fühlst dann fühlst du dich damit nicht wohl dann musst du es auch nicht machen aber letztlich noch alles von ihnen aus voran und er wollte eine beziehung mit mir also ich vermute jetzt mal dass es dir zu lange gedauert hat bis er so zu potter gekommen ist das was natürlich wieder fragen aufwirft wie sehr er in seiner polarität ist weil das ist einfach ist es wirklich wie zähne ziehen in der weiblichen polarität zu sein wenn man nicht in seiner männlichen ist weil ich habe ich fantasie jetzt mal dass das alles viel zu lange gedauert hat mit ersten kurs und was weiß ich und ja das heißt dann aus meiner Sicht nicht dass die frau es machen sollte aber das heißt schon festzustellen dass der man einfach ja nicht hingemacht kein selbstbewusstsein hat vielleicht also ich sag ich interpretiere jetzt frei rein hier zu lange wartet und so und das ist ein abtörner und dann kann man dann dann ist es auch du kannst nicht in der weiblichen polarität dauerhaft sein wenn der meines so gar nicht ist aber wie gesagt da schreibst jetzt nicht viel zu also keine ahnung rückblickend war ich aber bis dahin schon ziemlich gestresst es war anstrengend zu warten mich abzulenken statt selbst entscheidungen herbeizuführen ja also das sagt für mich dass der man nicht in der männlichen war hier an dem punkt und dann funktioniert das auch alles nicht ne das so funktioniert es aber nicht als es dann zu den ersten meinungsverschiedenheiten kam habe ich bewusst nicht so scharf diskutiert wie es eigentlich mal naturell ist und habe mich auf meine atmung konzentriert und ihnen gewinnen lassen ja hier sind wieder so viele punkte drin tatsächlich glaube ich nicht also ich bin ja also natürlich kann man mal heftig streiten aber insgesamt ist also ob das machen wir auch in dem drama kurs wird das auch thematisiert viel dieses aus dem drama rauskommen die sache nicht noch weiter eskalieren lassen also da ruhig zu reagieren kann schon richtig sein aber deswegen musst du ehn nicht gewinnen lassen also wenn du einer anderen meinung bist also man darf nie weibliche polarität mit koabhängigkeit verwechseln also wenn du anderer meinung bist deswegen musst du ihn ja nicht anschreien dann bleibst du dabei dass du das ist im zweifelsfall tausendmal wichtiger als polarität so ich habe mir dann gesagt das sind details egal dann machen wir eben das was er will ja so ist das aber nicht gedacht es ist so gedacht dass es ein spiel ist polarität wo du dich wohlfühlst spaß daran empfindest keine entscheidung treffen zu müssen was sich viele frauen glaube ich wünschen also zumindest gesagt nur in diesem dating bereich und der mann übernimmt mal ein bisschen proaktiv die führung und denkt sich schöne dates aus und dann faul lässt sich reinfallen fühlt sich wohl so soll es sein aber so ist es nicht du fühlst dich nicht wohl und dann entweder bist du mit den entscheidungen des mann ist nicht zufrieden oder der mann ist gar nicht in der männlichen polarität und du kannst dich gar nicht in die weibliche fallen lassen weil also auf jeden fall eckt es und dann sollte man das auch erkunden das können wir jetzt hier nicht weil ich kenne ich nicht also erkunden ist mein partner eigentlich überhaupt in der männlichen polarität möchte ich überhaupt gerne in die weibliche polarität wenn ich es gern möchte warum geht es nicht habe ich habe ich selber blockaden da rein zu gehen das muss man dann ganz für sich erkunden wie gesagt könnt ihr auch mal schreiben ob wir nochmal also der plan ist tatsächlich zum erscheinen meines buches noch mal so ein noch mal so ein deep dive polaritätskurs zu machen könnt ihr mal schreiben euch das interessiert ja um weil das entstehen so viele fragen und vielleicht sollte man dann wirklich mal in der tiefe darauf eingehen so ich mochte mich selber mal weniger er machte zukunftsblende blühte regelrecht auf und wollte ganz viel bettsport mit mir ich habe dann schon eine blasenentzündung bekommen trotz mehrfacher behandlung mit antibiotika ging das über monate einfach nicht mehr ganz weg ja also gut dass man am anfang der beziehung mal blasentzündung bekommt weiß ich die biome da angleichen müssen ist glaube ich jetzt nicht so ungewöhnlich aber sollte natürlich nicht so ein dauerbrenner sein absolut trotz mehrfacher behandlung mit antibiotika ging das über monate nicht mehr weg ich habe dann letztlich neben naturallkunde auch eine psychosomatische beratung nutzt super finde ich gut dort wurde mir erklärt dass in der chinesischen medizin die blase für das thema grenzen setzen und loslassen steht und dort die elemente jenen und jank als hitze und kälte besonders intensiv aufeinandertreffen beziehungsweise sich ein ungleichgewicht zwischen elementen dort durch entzündungen zeigen kann ja also entzündungen im körper ist jetzt so meine meinung treten ja auch oft in toxischen beziehungen auf wir fehlen da immer noch untersuchungen dazu deswegen sind es nur so anekdotische beobachtung was ich auch viel von klienten höhere entzündungen ja natürlich ist kein gutes zeichen und grad blasenentzündungen sind doch sehr ausgeprägt ist können sehr ausgeprägt ist psychosomatisches zeichen sondern dass irgendwas schief läuft und können noch aber da gibt es hier überhaupt keine anlasspunkte in der mail ich sag es nur mal der vollständigkeit halber können ja auch darauf hindeuten dass der mann vielleicht auch treu ist das wollte ich vielleicht auch noch mal gesagt habe aber gut das nur bei der vollständigkeit halber aber dass du das jetzt als zeichen nimmst irgendwas stimmt nicht ja das würde ich auch so sehen und gut gut dass du das angeht weil dort offensichtlich fühlst du dich nicht wohl so und dann sollte man da auch nicht drüber hinweg gehen das sehe ich ganz genau so ich war so verzweifelt durch die vielen schmerzen dass ich dann endlich wieder das gemacht habe was ich wirklich gefühlt habe ja und das solltet ihr immer machen nur manchmal ist das hier gibt es ja jetzt keine anzeigen dass eine toxische beziehung ist aber manchmal toxische beziehung ist das so eine sache mit dem fühlen da fühlt man manchmal ist es schwierig das zu fühlen was man wirklich fühlt sondern fühlt halt diesen ganzen hype und ins drama und aber grundsätzlich würde ich immer sagen sollte das machen was was du was gefühlt auf deine intuition jetzt geht ja auch wieder manifestationschallenge los übrigens auch auch die selbstliebe stellen im nächsten monat könnt ihr auch damit machen also manifestationschallenge geht es ja ganz viel ums fühlen und ja wenn der körper dir sagt dass das passt ja alles nicht ja dann soll man das zumindest mal erörtern und das ist ja auch hier so ne ich habe meinem damaligen partner so richtig die meinung gesagt ja und ich bin sage ich ganz ehrlich also ich finde man sollte nicht laut werden aber jetzt mal wenn man das gefühl hat ich muss mich jetzt mal wirklich abgrenzen das dann auch mal man muss nicht immer weil sie nicht für ordentlich schutz und kommunikation machen kann einfach mal einen raushauen und du schreibst es leider nicht was sich da angesammelt hat aber offensichtlich haben sich sachen angesammelt dass er scheinbar über deine grenzen getreten ist und dann das hat alles in polarität überhaupt nichts zu tun also er ist über deine grenzen gelatscht du hast zu wenig grenzen gesetzt und jetzt hast du so eine wut aufgestaut und das ist viel wichtiger als alle erörterungen zur polarität das muss man ganz klar sagen im zuge dieses gesprächs wurde mir klar wie viel wutzig mir angeschaut hatte und dadurch dass die letzten wochen so oft nicht zu mir in meiner stärke gestanden hatte auch weibliche polarität sollte sich immer stark anfühlen in control weil du lässt den mann ja nur diesen raum den du ihm freiwillig gibst sozusagen sollte sich immer gut anfühlen immer empowernd wenn es das nicht so stimmt irgendwas nicht ich habe ihm klar gesagt was ich für ihn erwarte ja und das fühlt sich total richtig an er ist aus allen wolken gefangen weil er mich so gar nicht kannte es hat mir leid getan aber ich habe mich unendlich befreit gefühlt habe die sache dann beendet und hokus pokus ohne veränderung meiner medikation waren meine beschwerden innerhalb von 48 stunden weg das ist schon echt beeindruckend muss ich auch sagen war wohl die richtige entscheidung ich spüre jetzt wieder wie meine vitalität durch meinen körper strömen kann mir frei atmen das ist toll aber ich bin wieder allein ja also ich finde allein sein ja nicht so schlimm also mein gott lieber allein als in einer beziehung in der du krank wirst die auseinandersetzung mit dem thema weibliche polarität macht mich nicht traurig ich verstehe dass männer es gut finden wenn frauen sich so verhalten ja aber es sollte nie in richtung coabhängigkeit gehen wirklich also und prüfe dich mal vielleicht fühlst du dich auch wirklich wohler an wenn du mehr aus einer young polarität ist es total okay also sollte jetzt überhaupt nicht dazu dienen dass den mann richtig macht sondern dass du den richtigen mann findest für deine art zu daten so ne und der dazu passt irgendwie ne und vielleicht vielleicht bist du jemand was ich kenne so paare wo die frau lieber die schritte macht und und sich wohl erfüllt mit einem passiven mann das kann ich also das musst du will ich weiß es nicht ne und wie gesagt aber man darf es nicht falsch verstehen vielleicht bist du gerne einer weichen polarität vielleicht magst du männer die stärke zeigen aber offensichtlich hat dieser mann ja irgendwie vielleicht ohne dass er es wollte irgendwie grenzen überschritten und sachen gemacht die nicht gefallen und das ist das ist immer immer wichtiger als wie gesagt alle fragen ob die polarität stimmt oder nicht achtet aber alles im leben geht um grenzen alles geht um grenzen auch in freundschaften bekanntschaften auf der arbeit geht immer um grenzen und wir haben hier so viel tendenziell coabhängige menschen auf dem kanal also ich hab da auch bis heute teilweise mit zukämpfen weil dieses ich weiß auch manchmal gar nicht ob coabhängigkeit der richtige begriff ist und man nicht also ich bin in sich ein mensch der es gern anderen ja ich glaube vom charakter her ich also ich will gar nicht so viel konfrontation ich mache es auch gern menschen recht und aber es wird so es wird dass die welt ist nicht gemacht dafür ne du bist einfach sage ich ja mal wieder nur über gemängelt über untergepflügt ausgenutzt und also mir macht das oft keinen spaß dieses ewige grenzen setzen aber ich ganz ehrlich finde es furchtbar aber ich habe die welt nicht gemacht also ohne grenzen setzen bist du ausgenommen wie eine fucking weihnachtsgrenze so ne also da gibt es keinen grund jetzt traurig zu sein sondern auf diesem weg weiterzugehen was was du wirklich willst auch meinetwegen jenseits aller begrifflichkeiten so ne ich möchte zuallererst gesund glücklich und selbst sein ja also dieser satz ist großartig den kann ich wirklich nur mit dem adding dick unterstreichen nur ne es ist wirklich sehr bitter wenn das bedeutet dass ich allein bleibe weil ich so wie ich wirklich bin nicht anziehend für männer bin ja also da müsste die mails wahrscheinlich ziel mal so lang sein jetzt müssen wir jetzt wissen was ist vorher schief gelaufen ja also ich denke schon dass es das theoretisch für jeden menschen gibt dass er selbst wissen dass das dazu den passenden partner zu finden aber dass das dauert vielleicht manchmal ne aber da kann ich jetzt schlecht was zu sagen aber deine entscheidung ist denke ich gold richtig also nie solltest du dich zulassen dass du dich schlecht fühlst und vielleicht guckst du noch mal den dating kurs rein weil das da sage ich glaube ich auch an einer stelle es geht immer darum auch als frau selbstbewusst zu sein grenzen zu haben das ist immer aus meiner sicht sexy polar auch für frauen also kein kein grund sich unterzuordnen wo es keinen spaß macht ja aber ja es geht darum natürlich den passenden mann für dich zu finden jetzt und nicht dass du dich verbiegst dass du dich passen machst das aber vielleicht helfen ja so ein paar gedanken die ich jetzt hier geteilt habe würde mich natürlich freuen wenn man gerade überlegen ob ich noch was sagen wollte ja also ich kann als man natürlich auch nur sagen also eine frau die alles über sich ergehen lassen würde und keine grenzen setzt finde ich jetzt nicht nicht der traum meiner schlaflosen nicht also ich denke also ich würde mir immer wirklich selbstbewusste poliar eine frau in ihrer weiblichen polarität weil ich ich das ist das was mein beutelschema ist aber das führt aus meiner sicht ich mag sehr wenn frauen selbstbewusst sind muss ich kann muss ich echt sagen so also ja ja vielmehr kann ich da eigentlich jetzt gar nichts ich habe das gefühl ich wollte noch irgendwas sagen aber ja aber so blasenentzündung ist schon sehr krasses eindeutiges signal wenn es wie gesagt aus als erst mal kurz mal einmal am anfang der beziehung ja das ist schon krass naja mir fällt es so ich glaube ich kann ja mir fällt es nicht mehr ein in diesem sinne macht die folgen kurse freue mich natürlich wenn ihr auch meinen kanal unterstützt durch äh kommentare liken das ist wirklich sehr wichtig muss einfach noch mal sagen auch die kanal mitgliedschaften freue mich sehr drüber äh auch irgendwie hier diese fangs und so dass alles sachen den kanal unterstützen auch ich habe immer noch 50 leute 50 leute 50 prozent die den kanal ohne abo gucken ich weiß dass es heutzutage kein problem weil er im youtube trotzdem die videos ausspielt aber so für mich wäre es sehr hilfreich wenn ihr mal auf dem button auf dem abo button klickt das wäre so mein wunsch war für heute in diesem sinne wir sehen uns bald wieder schön